Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Zippling, heute mit anderen direkt sind es wieder extra für euch, und zwar reagieren wir auf Satri, auf sein neuestes Musikvideo, Ask Him. Also bevor ihr das Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo-Darts lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an. Okay, der Beat hat was, der Beat hat was. Also Leute, ich bin gespannt, wie der Track wird, weil wir haben schon mal auf Satri reagiert. Schon zweimal? Zweimal glaube ich sogar. Bisher haben uns alle seine Tracks gefallen, deshalb bin ich echt gespannt, wie der hier ist. Okay. Okay, also die Hook, die Hook, die hat schon was. Ich bin jetzt halt richtig gespannt auf die Lines. Ja, aber ich muss sagen, die Hook gefällt mir schon richtig gut. Ja, die Hook ist echt gut. Ich hab dir mal gesagt, geh nicht so weit, durch was ist jetzt groß geworden, sind nie wieder eins. Also ich find's auch geil, dass er Türkisch mit rein integriert. Aber ich find auch allgemein so sein, ähm, wie er rappt, einfach so das Schnelle, das passt ihm einfach. Ja, und vor allem seine Stimme. Seine Stimme find ich richtig schön. Wir sagen's gefühlt jedes Mal, aber es ist wirklich so Meadow-mäßig. Ja, es ist so, ja. Ist so, gell, von der Stimme her. Und es heißt, jetzt hab ich's vorhin gehört, Aschkimm anscheinend. Wir haben gegoogelt, ich glaube, es heißt Meine Liebe, aber keine Ahnung, ob es stimmt. Einfach an der Zeit drehen und ich zeige dir die Welt. Ja, ich bleibe dein Held, genauso wie es dir gefällt. Baby, du bist Welt, ja, du musst nicht weinen, aber wir beide kennen uns. Seit der Kindheit nie wieder bleibt sein, ich will nur mit dir sein, ich möchte mein Leben nur noch mit dir teilen. Also ich find Magi sein Tempo grad richtig geil. Ja, ja, allgemein, allgemein, seine Songs sind schon gut. Vor allem die Lines sind auch richtig gut, find ich. Also dafür, dass man halt echt noch nicht so kraft kennt. Dafür, dass er ein Newcomer ist. Und dass er ein Newcomer ist, sind die halt echt gut. Ja. Und auch die Videos so an sich. Ja, die Videoqualität, ich bin jedes Mal so beeindruckt. Fühlst du dich wohl ohne mich? Ja, sie machen was, aber du willst doch, es klappt mich nicht. Ohne dich ist alle schwarz, ich seh die Sonne nicht. Aschke, Madigel, ich will mit dir sein. Mit dir sein. Das fand ich grad richtig gut. Das war grad bösgeil. Schon bevor jetzt gerade dieses, der Beat so ausgesetzt hat. Also ich würde auch sagen, wenn er bekannter wäre, wäre das auch so ein Scharze. Ja. Hundertprozentig wäre der in den Scharze. Ja, der hat halt echt was. Also ehrlich jetzt. Jetzt ohne Witz, ich find den Track richtig geil. Aschke, Madigel, ich will mit dir sein. Ich liebe dich, doch baby, du bist nicht mehr meins. Ich hab dir mal gesagt, geh nicht so weit. Doch was ist es losgeworden seit nie wieder? Du bist so weit gegangen. Also die Hook, Leute, die ist. Die Hook, die ist echt geil. Die ist richtig geil. Ja, es ist mega warm. Aber ohne Witz, ohne Witz. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Also ich find die Lines auch krass. Die Lines sind wirklich geil. Also sie sind wirklich, wirklich gut. Also ohne Witz. Also ich kenn ja viele Leute, die so Newcomer sind und so, aber deren Musik allgemein und deren Musikvideos, die sind halt lange nicht auf dem Level. Ja, und er ist halt... Und das ist halt schon heftig. Erst quasi, wenn man den Namen jetzt nicht anschauen würde oder so, würde man denken, er wäre schon richtig bekannt. Ist so. Also jetzt ohne zu wissen, wer genau ist oder so. Du bist in mein Kopf, ich finde kein Stopp, du hattest zu viele falsche Taten. Hörst du, kannst du mir glauben, ja, ich will nur dich. Hörst du im Gelb an, er sagt, fühlst du dich wohl ohne mich? Ja, sie machen Nasa auf uns, doch es wird mich nicht... Ach, jetzt hab ich's erst gehört. Sie machen Nasa auf uns. Ja, ja, ja. Und jetzt weißt du ja auch, Nasa heißt ja auch Auge. Ja. Oder? Ja. Also ich nehm's jetzt an, ja. Ja, ich denk's. Ich glaube. Schau, wie viel wir schon gelernt haben, ja. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, so ein bisschen, ja. Das könnte so ein Song sein. So von so einem Style her. Ja, vom Style her, ja. Ne, aber ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Es war wirklich, wirklich krass gut. Es ist hochprofessionell gedreht, gemacht, einfach alles. Es ist echt krass geworden. Es ist wirklich, wirklich gut. Ja. Also er wird auf jeden Fall Karriere machen. Okay. Ja, ist so. Wenn du dir das anschaust, allein seine Tracks, die sind halt echt immer richtig gut. Ja, die sind wirklich, wirklich gut. Aber Leute, wie fandet ihr das Ganze? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst ein Abo da und ein Like. Folgt uns auf Instagram und auf Twitter auf Instagram. Project.Zibling. Sonst? Project.Zibling. Und? Schaut euch unsere anderen Videos an. Genau. Und damit würden wir uns verabschieden. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.